Hallo Freunde, schon wieder ein Video heute Abend. Ja, schon wieder, wieder, wieder. Und schon wieder mit mir. Es ist gar nicht Abend. So, machen wir mal ein Testspiel. Mal gucken, ob jemand annimmt. Was denkst du? Au, da hat jemand angenommen. Gut, bitte. Ah, nein, doch nicht der. Ja, es ist viel, viel über mir. Oh Gott, oh Gott. Oh, da kann ich. Let's go. Ja, das ist mein Bruder. Mein Bruder. Schreibt einfach mal in die Kommentare, die du auch findest. Mein Bruder ist dumm. Dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Oh, na, na. Mach mal ein bisschen leiser. Oh, die Kobolde. Aber ich will ja auch nichts sagen, aber es stimmt. Er ist in Arena 8. Schon, ne. Er ist letztens Jahr in Arena 9. Komm. Was setz' ich da? Ich hab mich so verdrückt. Let's go. Oh, drück ab. So. Nein, ich hab mich schon wieder verdrückt. Oh, nein. Ich will kein Energie sparen. Ich hab mich schon wieder verdrückt. Vielen Dank.